Hallo, jetzt bin ich hier im Ruhu Haus in Kassel am dritten Platz und hier kann man Tickets kaufen und Planer für die Führung und so weiter und so fort und auch Merchandising, ja, spannend, ist auch gut belebt, alles Liebe, alles Liebe, das finde ich auch gut, da sind kleine Schränkchen, das sind so Wertfächer, das finde ich gut. Hier kann man sich auch noch mal an Stand, der ist aber gerade nicht gesetzt, kann man sich ausruhen, vorne ist ein Café, jetzt möchte ich was los hier, viele Gäste in Kassel, viele Besucher, das ist doch schön. Also ich habe gerade gefragt, für 7,50 Euro kann man die Documenta-Poster erwerben, ich stehe jetzt falsch rum, weil hier keine Freise davor stehen und im Preis könnte es ganz cool, 7,50 Euro. Um. So. 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 Das ist eine Wand, eine Darstellung, das müsst ihr euch unbedingt ansehen, da geht es um die Bienen und um die Bienen auch zu retten, also unbedingt ansehen. Untertitelung. BR 2018 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 Es ist lustig, dass man sich nach außen hin glänzen kann und dann von den Schautänzern an die Seite geschaut hat. Das finde ich ganz cool. Das ist doch schon beim RORO Haus. Ja, jetzt bin ich fertig mit dem RORO Haus. Also wenn ihr nach Kassel kommt, kann ich euch das nur empfehlen. Das ist eine ganz gute Anlaufstation und da kann man sich super informieren. Also Kassel erwacht zum Leben. Ist interessant hier. Gefällt mir gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank.